Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Tomek. Tanzverbot hat am gestrigen Tage mehrere Stunden seinen Schlaf gestreamt, währenddessen kam es zu zahlreichen Störungen und Vorkommnissen. So wurden unter anderem Anrufe auf sein Privathandy getätigt, an seine Haustür geklingelt, Müllhine aufgeworfen und mehrere Essenslieferungen aufgegeben. Am Ende befanden sich laut Tanzverbot sogar vier Polizisten an seiner Wohnung, bei denen er anschließend gegen die unbekannten Essensbesteller und Störer Strafanzeigen erstattete. Kurz darauf geriet Tanzverbot bürgerlich Kilian Heinrich in einen kurzen Konflikt mit seinen Nachbarn, welcher ihm sogar drohte, den Finger zu brechen und das Ganze an die Hausverwaltung weiterzugeben. Im Anschluss haben sich jedoch alle Wohnparteien wieder vertragen. Zwischenzeitlich hielt Tanzverbot sogar sein Handy in die Kamera und zeigte öffentlich die Nummer von einigen der Anrufer. Das gelieferte Essen rührte er aus Angst vor einer Vergiftung oder ähnlichem nicht an. Nach dem Livestream twitterte Tanzverbot anschließend folgendes, Zitat, Mein Privatleben wurde heute total zerstört, aber hey, 4000 Abos plus. Ein paar Stunden früher erschien auf seinem YouTube-Kanal ein Video mit dem Titel Fremde bestellen mir Essen im Livestream. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und nun kommen wir zu Thema Nummer 2, Julians Block. Die Verurteilung des 28-jährigen YouTubers Julians Block wegen Volkswärzung war rechtens. Dies entschied das Landgericht Münster. Der YouTuber war Mitte 2015 in einem Video auf die streikenden Mitglieder der Gewerkschaft der Lokführer losgegangen. In diesem Video verglich dieser die GDL mit einer Hurensohn-Armee, Drecksbastarden und dämlichen Spatzenhirnen. Die Bezeichnungen waren jedoch nach der Tomic-Information wohl nicht der Anlass zur Verurteilung, sondern folgendes. Zitat, vergasen sollte man die Mistviecher, Zitat Ende. Und Zitat, wisst ihr noch, wie die Juden mit Zügen nach Auschwitz transportiert wurden? Man sollte die Zugführer dahin bringen. Ich war den Zug und zwar umsonst und ohne zu streiken, Zitat Ende. Diese Sätze hatte der Produzent mit Fotos der Züge zum Konzentrationslager unterlegt. Das Amtsgericht Tecklenburg sah im Februar vergangenen Jahres den Tatbestand der Volkswärzung erfüllt und verurteilte den YouTuber zu 8 Monaten Haft, die für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem wurde ihm eine Geldstrafe von 15.000 Euro auferlegt. Zitat, es tut mir leid, ich verharmlose den Holocaust in keiner Weise, sagt Juliens Blog vor der Urteilsverkündung. Jeder, der angeklagt wird und mit dem Urteil nicht zufrieden ist, kann in Berufung gehen, wie auch Julien in diesem Fall. Die Berufung landete beim Landgericht Münster, welches zum gestrigen Tag entschied, dass die Verurteilung zu 15.000 Euro und 3 Jahren auf Bewährung oder 6 Monaten Haft rechtens war. Wie findet ihr die Verurteilung? Aufgrund der genannten Sätze gerecht oder würdet ihr das als Humor bezeichnen? Eure Meinung und Diskussion gerne unten konstruktiv in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.